Hallo zusammen und willkommen bei Stationiers Let's Play. Wir sind immer noch in unserer Gasaufbereitung dran und wir werden da was ändern hier und zwar wir haben ja hier die Entleerung das ist ja der erste Wurf damit das CO2 da gefiltert da mal reinkommt aber wir haben jetzt unsere Filteranlage realisiert und die wollen wir natürlich jetzt auch dann benutzen und jetzt ist so wir haben ja hier einen CO2 Filter da hinten der unser CO2 rausfiltert dann ist eigentlich der überflüssig der macht ja dasselbe wie der da hinten haben wir einfach eine Maschine weniger hier die uns am Schluss endlich das Leben schwer macht also werden wir die demontieren wir werden die demontieren wir werden hier mal das so machen genau das wären die große gelegenen Leitungen dann nehmen sie die Rohre hier raus der Schummel kommt ja vom Tank den lassen wir weil wir brauchen ja das CO2 dann für die Bereitstellung für die Base dann nehmen wir mal noch die Kabel hier weg wenn wir es könnten wieder Zeugs im Weg ich sage es auch mit der verlegenen die ganzen Raum wir einigermaßen arbeiten können so nehmen wir hier diesmal raus möchte hier der Ordnung zuliebe möchte ich das Kabel auch noch draußen wissen wir können dann später wieder die Base zusammensetzen nehmen die raus und setzen auf ein gerade Stück rein so gut wunderbar dann können wir die Maschine die Filter nehmen wir raus die brauchen wir dann für da hinten die sind wertvoll ein bisschen mager Platz hier drin also gut äh die zwei sind leer dann schmeiße ich die mal in den Schräder dann ist da eine Sorge weniger so gut und nun so gut jetzt ist so der kommt raus der Tank den brauchen wir nicht mehr so hier kommt es ja von der Base vorläufig aber das wird dann höchstwahrscheinlich auch noch abgeändert aber den nehmen wir mal raus dass wir Platz hier haben und dann demontieren ähm den Schraubenschlüssel die Bleche weg machen oder besser gesagt die Rohre weg und jetzt wieder mit dem Schraub mit dem Bohrer he gut wunderbar jetzt haben wir eine Maschine übrig so cool und jetzt ist es so das ist er zum Leerpumpen von dem Tank und hier geht es Richtung weg und da wollen wir natürlich jetzt die Rohre und zwar wollen wir hier isolierte Rohre nehmen he weil wir so sind dass wir hier kontrolliert arbeiten so gut dann an der Position muss das Rohr weg und zwar so 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 gut wunderbar äh hier haben wir sogar noch gelbe Rohre drin he mhm das wäre dann noch eine Sache he ist er schon weg schon weg wie geht es der Batterie ah nicht gefüllt ok gut dann brauchen wir keine weitere Batterie das ist auch ein gutes Zeichen dann kommen wir noch zurecht mit unserer Batterie hier müssen wir unbedingt mal noch äh automatisieren so es wäre hier die Leitung sind das alles nicht isolierte Rohre Tatsache nur die sind isoliert ich glaube ich würde gerne das hier ein bisschen anders gestalten wir bleiben gerade oben so so hierher möchte ich dich setzen genau dann nehmen wir dich mal kurz weg ohne mit der hoffen dass du nicht gerade platzt so 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 wunderbar jetzt ist es mega bummel so das geht ja nur wegen der Leiter einmal rundherum und wir wollen dann hier rein am liebsten he komm kann ich hier nicht Amp machen ja tschüss ja mäßig spannend also ich hätte ja noch genug isolierte Rohre dann nehmen sie die Rohre mal raus und dann wäre es gut wenn es hier rein geht weil wegen der Klimaanlage muss es halt erst also schon hier sagen wir es so die Klimaanlage würde ich jetzt nicht nachher umschieben so so gut dann will ich mein Blech haben ach werde ich wieder zu gut wunderbar so aber ah der Sturm der Sturm war ja komplett nachts gell beziehungsweise das Wunder jetzt kommt ja die Sonne ja gut es hat schon ein bisschen Energie weg im Moment läuft auch noch relativ viel das wird sich dann in naher Zukunft ändern so das Stück Rohr kommt raus die Stücke auch ich habe natürlich nicht mehr viele isolierte Rohre eins zwei eins fehlt noch zwei also drei ähm zwei fehlen ja zwei 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 isolierte Rohre ein bisschen teurer sind, isolierte Rohre. Ich möchte aber am Schluss schon definiert haben, wo ich was energie-technisch kriege. So, gut. Okay, raus damit. So, gut. Ja, sind gefärbt. So, dann würde ich gerne der Ordnung zu lieben. Ich kann hier rein. Und dann... So, wunderbar. Gut. Dann ist das erledigt. Da haben wir einen Stromverbraucher weniger in der Base. Gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut sogar. Okay, dann packen wir den noch irgendwo hier rein. Vielleicht brauchen wir noch eine Klimaanlage oder so. Gut. Dann... Wollen wir... Jetzt... Wir sehen wir noch am Prüfen, oder? Jetzt wollen wir eigentlich die hier auch noch irgendwie geprüft wissen. So, jetzt... Jetzt kommt wieder die grosse Frage. Wie prüfen wir eigentlich die? Über den Tank können wir nicht gehen. Aber was könnten wir nehmen als Referenz? Hier habe ich im Bus keine isolierten Rohre genommen. Weil... Da sollte Wärmeaustausch stattfinden. Hier müssen noch isolierte Rohre rein. Stimmt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, 12, 13 Rohre, hm? Wir müssen eh noch produzieren. Oder haben wir noch rumliegen Rohre, isolierte? Das sind normale Rohre, gell? Ja, isolierte haben wir da keine mehr rumliegen. Ja, wir müssen nachproduzieren. Prozieren wir halt noch welche. Dann ist das auch erledigt. Weil... Das N2O wollen wir auf Temperatur kriegen. So. Und dann müssen wir die zwei Filter noch prüfen. Aber die andere Frage ist, wie stellen wir es da, dass die ähm... Leer sind. Ah! Ich habe eine Idee. Das... Das machen wir einfach... Wir prüfen es gar nicht so kompliziert. Wir gehen nicht auf ein Display. Haben wir jetzt 12, das reicht mal. Okay. Wir gehen gar nicht auf ein Display, sondern... Ich habe die Idee des Jahres. Ähm... Wir... Wir erzwingen einfach den Ausschalt hier. Da kann der einfach nicht schreddern. Und nichts produzieren, wenn die Filter leer sind. Das ist die Idee. Gut. Ähm... Wir brauchen noch Farbe. Weil die Leute muss isoliert sein. Weil später wollen wir den ganzen Tank da, ähm, auf Temperatur haben. So. Das wollen wir später dann haben. Und dazu gehen wir... Wo ist die Zahn... Ah! Die habe ich in der Hand. So. Dann nehmen Sie mal die hier raus, Kamerad. So. Nein. So. Komm schon, Baby. So. Jetzt müssen wir noch das hier rausreißen. Äh, ich habe es natürlich auch gewusst. Zeit. Das gehen wir hier rein. Jetzt haben wir 13 auf einmal. Habe ich falsch gezählt? Ja. Das ist wahrscheinlich... Nein. Nicht wahr. Gut. Okay. Jetzt ist das isoliert. Das ist gut. Ah, hier haben wir noch eins. Hehehe. Ab richtig gezählt. So. Ähm... So. Dann nehmen wir die Rohre raus. Gut. Okay. Und dann machen wir den Stack gelb. Und das geht dann ins Regal, he? Ah, ist nicht alles gelb geworden, he? Ah, da ist jetzt dunkel auf. Genau so. Dann haben wir hier die normalen Rohre drin. Ein Stück. So. Gut. Das Isolierte behalten wir noch im Repertoire. So. Gut. Jetzt kommt das gut. Gut. So. Jetzt will ich hier das prüfen. Und wenn die leer sind, dass der nicht einschalten kann. Ja. Ist gut. Weil ich da sterbe. So kriege ich das nicht zu laufen. Echt mal. Bin so... Ich weiss auch nicht. Ich habe es einfach doch nicht rausgefunden. Wenn ihr es rausfindet, schreibt es in die Kommentare, dass alle, die das Video später schauen und ihre BS bauen, dass sie dann wissen, wie man es löst, das Problem, he? Wäre mega nett und zu quatsch. So. Dann macht noch einen Kartoffel. Wir haben noch genug auf Tasche. 17 Stück. Ja gut. Das müssen wir eine Weile nicht produzieren. Nachdem wir mal das Glas im Griff haben, wird es dann mal Zeit, dass wir da mal unsere Küche im Griff kriegen, he? Weil wir ernähren uns ja nonstop vom Bratkartoffeln. Das ist nicht so geil eigentlich. Das ist echt nicht geil. So. Hebel schliessen. So. Gut. Es geht nicht. Da müssen wir hinkriegen. Das müssen wir hinkriegen. So. Gut. So. Hier haben wir den genannt. N. Wie nennen wir den? N. In. Und der ist hier dasselbe Problem. Also. Warte mal. Warte mal. Ich hab mir den. Wie heißt das? Eis ganz genau. Wenn ich den anschaue, ist es immer so. Ich schreibe jetzt. Ich mach jetzt so. Ich mach jetzt den Move des Jahres, he? So. Eins. Leuchtige Stoffe. Einmal zu. Bestätigen. Genau gleich wie hier. Leuchtige Stoffe. vielleicht so bestätigen gut das wäre einfach eis klammer wasser mit der wirklich nie das falsche risch oder zum abstand zwischendurch ja es hat noch einen abstand so bestätigen und schauen wir kurz haben wir noch andere gürtel eisoxid mit der oxid schädigen echt mit t achten so dumm sieht es schlimm als ein goldfisch so gut und dann ja die idee kann man eigentlich die gürtel einfärben jetzt nichts neues wasser wasser ein zack so fast erwischt ja nitrit also nitrit jetzt gedacht habe ich kein nitrit mehr habe ich richtig geschrieben ja genau gleich geschrieben gut so verwechslungsgefahr gleich jetzt wollen wir hier ein paar bedingungen schaffen das heißt der heißt schlichtstoff in und den nehmen wir oxid in also o o2 2 in das o2 und das wenn das ist dann o2 inne obwohl ja gut so wollen wir jetzt mal uns programmieren setzen das heißt wir wollen wenn ich den einschalten sollte er auch eingeschaltet werden wenn ich den ausschalten sollte er eigentlich zehn sekunden später ausschalten beziehungsweise ich habe eine bessere danke das war nicht jede es hat doch hier bestimmt ein output hat es nicht aber hier hat es pressur input 0 genau das suchen wir jetzt nur drauf oder 0 genau das auch doch schön fleißig lehre also wir können mit dem pressur input 0 können wir arbeiten so gut das heißt um gleichen atemzug können wir prüfen jetzt muss ich mir kurz gedanken machen wie ich das mache jetzt machen wir gedanken und ich überlege es mir so ich habe einen plan der plan ist der ist aus wenn ich hier was rein legt aber wir machen die tür zu und dann schalten wir aus wenn ich hier was rein legt soll der sich automatisch einschalten so gut dann edit dann wollen wir hier wir machen hier noch ein haste 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 überprüfung hinterlegt tank überprüfung so gut ok hier kommt zeugs rein wir machen am main loop weiter so gut also also wir haben ja nur vergeben fix r 15 ja gut ein können wir hier alle register wieder nehmen aber wir nehmen wieder so register 0 und 1 also wir wollen wir wollen lbn register 0 register 0 nicht register o wollen wir den 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 auch haben wir den kascher ein ein links gegeben ne wir müssen noch ein define setzen für wir müssen so dass wir warte mal filter warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal was sagt denn der wieder wegen dem filter wir haben noch gut warte mal warte mal warte mal warte mal wir müssen mal durchrechnen was eigentlich die materialkosten effektiv sind von anderen ähm hochwertiger stoff heisst nicht gleich einen haufen eisen sondern unter umständen einfach den aufwand aber nicht das eisen he gut also wie heisst das ding ähm den icecrusher 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 crush aber wir müssen den anschauen ne und wichtig ist der ja gut gehen wir hier rein auch eine pause einfach quatsch und dann den hash gut dann können wir hier unten hier sind wir wir suchen den den quatsch ähm und den namen klammer auf gänsefüßchen das wäre der jetzt habe ich so einen langen namen genommen klammer klammer das wäre nitrit klammer zu gänsefüßchen klammer zu so und und dann wollen wir aber den 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 inhalt wissen bestätigen dann was ist echt das für ein wert also es gibt z log aktiv 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 warte mal machen wir aktiv gut das könnte nein wir wollen den inhalt warte mal warte mal warte mal ah scheisse das könnte sein ich würde ich würde ich würde wetten dass es genau gleich ist wie da wo wir geübt haben ähm wo haben wir geübt bei den filtern mit dem s quantitieren 0 1 ich würde sagen hm 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 gibt eins zurück wenn der o slot nicht belegt ist occupied ok das müsste der sein also äh da 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 also smbs wärs dann occupied würde ich sagen das wäre alles und dann lbm dann den ganzen text also gut ich hätte es jetzt wirklich kürzer schaffen können aber für mich ist jetzt ein bisschen noch wichtig dass ich sicher immer das richtige eis reinlegen und dann würde ich sagen on und dann r0 und dann r0 aber nicht lbm sondern sbm ok bestätigen exportieren ok wenn wir jetzt hier nitrit reinschmeissen aber wo hatten wir das nitrit gehabt ja wir können es auch noch prüfen ob es richtige drin ist es ist wie prüfen wir das warte das können wir sicher prüfen mein englisch ist doch in logis lockt slob slot type identified dies objekt können wir prüfen ob es richtiger ich will es aber nicht prüfen aber wie ich kann ja ans ich kann ja das an meine led senden wir haben ja die große leder an der wand dem hash also sp 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 ohne nr 0 logik type settings er 0 er wollte ja wissen was es ist oder ob es einfach einschalten ist also gut bestätigt also export haben wir absolut benannt ich hab's benannt sollte einfach alles in hallo wieso nicht so schädigen exportieren weil da nicht haben wir denn irgendwo haben wir denn irgendwo noch dieses ding drin habe ich das falsche den falschen links genommen led anzeige groß ich hab's den richtigen genommen wieso will er jetzt wieder nicht bestätigen ah weil er hier nicht schreibt weil er hier nach dem batch will bestätigen export nein ah dann ist aber doch noch ein bisschen fast faul wenn der nicht reagiert dann ist es noch faul also wenn es so wäre dann wäre es jetzt echt cool warte wo ist das nitrit nein wir setzen mal einfach die 37 okay der reagiert gar nicht dann ist nicht hier der code falsch sondern dann habe ich ihn beim senden falsch oder dann habe ich ihn hier falsch oder habe ich hier das nein kann ich zeigen warte mal der hash wohl das ist schon der richtige okay meine fresse wieso wechselst du dich immer wahnsinn gut er hat einen fehler auf zeile 78 edit da gibt es nicht dann wäre es die null nein nein noch ein fehler dann können wir ihn machen aber nicht jetzt ist es klar warte mal hier so bestätigen export aha 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 null null gut ok wieso wechselt das immer edit alle sollten wir nur die die geräte an weil ich wirklich auch ein chip drin habe fertig dann möchten wir das wieder aus das war jetzt nur zum ausprobieren ob jetzt hier was ist gut jetzt sehen wir mal unser jetzt stecken wir mal das oxid wir haben kann auch sieht man nitrit brauchen nitrit ist auch eins drin dann müsste es hier drin sein auch nicht auch nicht ist ja logisch der letzte wo ich anschaue so haben wir da die anzeige 0 der ist aus kann nichts passieren jetzt stecke ich da mal nitrit rein 1 oh der kopf funktioniert schon edit wenn wir da was reinlegen schaltet er sich automatisch ein das ist das ist jetzt nur für uns da das ist schon zu bestätigen also heißt er ist aus wir legen was rein und er schaltet sich automatisch ein so nicht in der hand schlecht verdammt weg wenn wir hier rein geil aber gut er schaltet sich automatisch ein das genau das was wir wollen wir legen da was rein und er schaltet sich einfach ein edit hat man hat dass ich eigentlich jetzt ausgeschaltet hat wenn wir jetzt rein legen so wir wollen wir wollen teilen ganz wenig was passiert wenn er fertig ist schaltet sich automatisch aus ja passivschrumpf aber auch schon erledigt ach so geil zwei zeilen ok so geil so geil so jetzt jetzt wird es aber komplizierter jetzt soll sich der auch ausschalten also das ist super das ist genau das was wir wollen ich will da einen Schwung reinschmeissen wenn es zu wenig ist und davonlaufen und dann soll sich die Maschine auch durcharbeiten und dann ausschalten und gut ist ok jetzt haben wir hier wieder kein akku mehr weil ich es wieder angelassen habe verdammte scheisse echt mal so das ist das nitrit wo verdampft ist das fliegt jetzt raus gut sagen wir das andere haben wir hier in der leitung haben wir zeugs drin zwei megapascal und wir haben sogar das n2 ist jetzt flüssig wegen dem ding das wollen wir eigentlich vermeiden generell wir wollen es ja nur gasförmig lagern nimmt das rohr schaden der ist liquid in der pipe das ist genau das problem oder können wir es wenigstens noch raus sagen ja es funktioniert hat sich erledigt gut wenn sich der einschaltet muss sich auch der einschalten so so gut edit wir speichern mal warte wir speichern mal jetzt haben wir wieder etwas geschafft was funktioniert also speichern wir so aber wir machen so wir machen so wir machen beim nächsten mal weiter wenn es recht ist wir versuchen jetzt den auch zu also wenn wir hier was reinschalten schmeißen springt der an und dann soll auch der rein anspringen gut ok speichern dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss